Seid ihr bereit für den Developer-Blog Januar 2024? Wir gehen das jetzt einfach mal so von oben bis unten ein bisschen durch. Also frohes neues Jahr von den dbd-Devs, jetzt kommt der erste Dev-Blog, wo sie einmal alles zusammenfassen, was sie jetzt im ersten großen Update für dbd für dieses Jahr veröffentlichen werden. Ich gehe davon aus, dass das Ganze morgen rauskommt. Morgen wird es pdb geben. Dementsprechend könnt ihr, wenn ihr möchtet, morgen mitspielen. Ihr müsst euch das nur noch einmal runterladen, Ausrufezeichen, Zugang und dann kriegt ihr da einen kleinen Clip. Und dann zeige ich euch da in diesem Clip, wie ihr eben Zugang bekommt. Das geht nur auf Steam. Nicht auf Epic und nicht auf Xbox und nicht auf Gameboy und tralala. Nur, dass ihr das wisst. Wie immer, das selber. Eigentlich wisst ihr das, aber ja. Gut, dann fangen wir mal beim ersten Thema an. Das erste große Thema sind die Gens und der Anti-3-Gen, würde ich sagen. Kicking things off, no pun intended. We have a few Updates to Generators. More specifically, these changes target how Generators are damaged by the Killer and how their Regression can be stopped by Survivors. The goal with this Update is to bring an end to excessively long matches, 3-Gen scenarios in particular, and at the same time improve the Killer's ability to damage Generators. 3-Gen scenarios are those, where the Killer aims to defend 3 Generators that are close by in particular and does not participate in normal Gameplay. Not chasing Survivors, etc. In this instance, Survivors are not able to make any meaningful progress to those Generators. So, fangen wir erst mal mit diesem ersten kleinen Block hier an. Da steckt ja schon wieder sehr viel drin. Also, Kicking things off. Ja, das ist schon wieder ein sehr toller Wortwitz. Wir lieben es ja. Wir kennen es ja nicht anders von den Tröten von BHWA. Also, sie wollen erst mal jetzt hier ein Update zu den Gens machen. Und zwar soll es darum gehen, wie Generatoren vom Killer beschädigt werden und wie die Regression funktioniert. Also, es geht hier nicht nur darum, dass sie sich dem 3-Gen widmen, sondern es wird generell überarbeitet, wie die Regression funktioniert. Das bezieht sich also nicht nur auf die letzten 3 Gens, sondern das bezieht sich auf alles, auf gesamt alle. Alle Gens und alle Regression. Medusa, grüß dich. Mir geht's super. Dankeschön. Wie sieht's bei dir aus? So, das Ziel von diesem Update ist es, extrem lange Matches, wo der Killer eben so eine 3-Gen-Strategie fährt, nicht mehr zu haben. Und außerdem wollen sie gleichzeitig auch noch die Fähigkeit des Killers verbessern, Generatoren zu beschädigen. Ja, hui, dass sie da sogar schon mal was sagen, dass sie beim Killer was verbessern wollen, das ist ja schon wieder so ein Tag, den muss man sich rot im Kalender einkringeln. So, 3-Gen-Szenarios sind eben diese, wo der Killer gezielt darauf hinarbeitet, 3 Gens zu verteidigen. Und dann kann man kein normales Gameplay mehr haben. Also, der Killer chastet die Survivor nicht mehr, sondern er passt auf seine Gens auf. Und die armen Tuf-Tuf, sie können dann nichts mehr machen. So, da muss ich jetzt erstmal Folgendes zu sagen. Früher war es immer so gewesen, dass der 3-Gen oder 3-Gen-Strat legitim war. Da gab es sogar mal einen Dev, der hat sogar gesagt, wenn die Map zu groß ist, das war der Almo, ich kriege das leider nicht mehr raus, das hat er in einem Stream gesagt. Ich weiß aber, dass er das gesagt hat, also glaubt's mir. Quelle, trust me, Bro. Der hat das wirklich gesagt. Also, wenn die Map zu groß ist, hat er gesagt, dann such dir doch einfach 3 Gens aus, die du von Anfang an verteidigst. Ja, das Ding an der Sache ist, es hat sich natürlich vieles am Spiel geändert. Es wurden einige Perks überarbeitet, es gibt mittlerweile einige Perks, die auch gegen den 3-Gen gedacht sind, oder ein Perk, was spezifisch gegen den 3-Gen gedacht ist, und das ist Déjà-vu, und zwar die 3 Gens, die am nächsten beieinander sind. Das gab's vorher auch schon, das wurde jetzt nur nochmal gebuft. Die werden dir eben rot angezeigt, und du arbeitest 6% schneller an diesen Gens. Pauschal immer. Das heißt, wenn du dieses Perk mitnimmst, dann hast du generell die Möglichkeit eben zu sehen, welche Gens die sind, die am nächsten beieinander sind, und du arbeitest generell schneller. Und wenn dann nur noch 3 Gens übrig sind, dann ist es egal, an welchem Gen du arbeitest, du arbeitest generell 6% schneller. Das ist gaskrank, geisteskrank, stark. Und das werden sie auch nicht wieder ändern. Denke ich mal. Also hier steht jedenfalls nichts davon. Wenn sie es ändern, dann sehen wir das morgen in der PDB, aber so steht jetzt hier erstmal nichts davon drin. So, ähm, jetzt ist die Frage, wo liegt jetzt denn auf einmal das Problem? Naja, sie haben den Killer rausgebracht, Skull Merchant, und mit diesem Killer kann man sehr gut 3 Gens verteidigen. Alle haben den Devs gesagt, pass mal auf, mit diesem Killer wirst du das Problem haben, dass der Killer sich nur noch auf die Gens stützt, und versucht dann 3 Gens zu machen. Es wird die Leute geben, die das machen. Der Killer ist an und für sich scheiße, die Drohnen von diesem Killer sind für eine Chase scheiße, sind sie immer noch, obwohl sie den Killer jetzt schon wieder x-mal verändert haben. Ähm, ja, und jetzt haben wir das Problem, dass es eben einige Leute gibt, die versuchen pauschal einfach nur 3 Gens zu verteidigen. Und das kann man auch mit diesem anderen Killer, dieser Singularity-Geschichte hier machen, wo man die Kameras verteidigen kann. Da gibt's wohl auch ein paar Spezialisten, die eben hingehen und nur versuchen pauschal 3 Gens zu verteidigen. Das machen aber die wenigsten Leute. Das machen nur so ein paar Gaskranke, die das irgendwie toll finden. Ansonsten, wenn du einen 3 Gen hast, dann ergibt sich das meistens aus dem Match. Also, wenn du normal spielst, was die meisten Leute machen, du fängst an zu chasen, du versuchst jemanden zu hooken, du tunest jemanden raus, so wie das Spiel nun mal jetzt aktuell funktioniert, wenn du effektiv gegen effektive Leute gewinnen willst, und dann stellst du am Ende fest, okay, die waren so dumm, die Tröten, die haben halt 3 Gens nie miteinander stehen lassen, dann verteidigst du die. So, so mache ich das auf jeden Fall immer. Ich würde nie pauschal auf 3 Gen spielen, das kannst du auf den meisten Maps vergessen. Es gibt ein paar Maps, wie also auch aufs Resting Place, dass diese Map, die so komisch gesplittet ist, wo du auf der einen Seite so ein Bobble aufst, auf der anderen Seite auch so ein Bobble und in der Mitte so einen dünnen Tunnel, und dann sagst du dir meistens, okay, komm, ich versuche einfach auf der einen Seite zu bleiben und da direkt meine Gens zu verteidigen. Das liegt aber, wie gesagt, am Map-Design, dann wenn du das nicht haben willst, dann macht das Map-Design anders. Also, ich denke mal, das Problem rührt hier einfach daher, dass wir jetzt Killer haben, mit denen du pauschal diese dumme Strategie fahren kannst. Ja, und selbst da ist es halt nur gegen dumme Teams, würde ich sagen, möglich. Teams, die organisiert sind, die können auch da in 3 Gen brechen, bin ich der Meinung. Gut, also sie sagen jetzt auf jeden Fall neuerdings, Meinungswechsel würde ich jetzt sagen, das ist nicht normales Gameplay 3 Gen zu spielen. Deswegen wollen sie da eine Änderung haben. Ja, also man kann genug dagegen machen, als Survivor bin ich der Meinung, man hat diese Ausnahmefälle, aber da hätten sie einfach die Killer vom Design her so nicht bauen dürfen. Warum hat man überhaupt so einen Scheiß reingebaut? Man hätte sich x andere Sachen überlegen können. Ist aber wieder ein anderes Problem, weil ich denke mal, denen fällt einfach nichts mehr ein. Die haben sich einfach gedacht, oh, ein Killer mit Drohnen ist bestimmt cool, und was machen wir da? Und dann ist da ein Sky Merchant bei rausgekommen. Ja, schön. Grüß dich, Nala, schön dich zu sehen. Canary, schön, dass du da bist. Ja, okay, jetzt stehen wir also hier mit diesem Problem. Und dann wird da wieder was Grundlegendes dran geändert, was dann wieder komplette Auswirkungen auf das gesamte Spiel hat. Ob das jetzt nötig gewesen wäre, ich lasse es mal so dahingestellt. Ich bin der Meinung, nein. Okay, jetzt gehen wir mal in den nächsten Teil rein. Going forward, each generator can only suffer from a maximum of eight regression events, where a regression event is any time a killer or their perks removes at least 2.5% of the generator's progress in an instant. Okay, also, sie machen das jetzt so, dass ein Generator nur noch achtmal ein regression event bekommen kann. Was ist das? Wenn der Killer oder eines seiner Perks mindestens 2.5% vom Fortschritt von diesem Gen wegnimmt, dann ist das ein regression event. Und das kannst du nur noch achtmal machen. Also, ob du den Gen jetzt kickst, da kommen wir gleich auch nochmal zu, oder ob du den Gen mit Jolt oder mit Pop oder was triffst, ist egal. Das ist jedes Mal ein regression event. Das geht dann also nur achtmal. Kein Abo-Alert. Nein, weil wir eine Szenenaufnahme haben von meinem Desktop und da habe ich das nicht mit eingebastelt tatsächlicherweise. Ich danke dir trotzdem für die 48 Monate in Folge. Danke dir für alles. Bleib, wie du bist. Ich bin froh, dich damals gefunden zu haben. Hoffe, du machst noch lange, lange weiter. Und solange du da bist, bin ich auch da. Dankeschön für die lieben Worte. Dankeschön für deinen Support. Und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich will mich nicht immer hier unterbrechen. Ich habe jetzt sowieso ein paar Unterbrechungen, wenn ich mich dann mal bedanke. Aber die Alerts habe ich deswegen einfach ausgeschaltet, weil ich hier eigentlich relativ zügig durchgehen will, weil ich das gerne nochmal auf YouTube reuploaden möchte. Dankeschön für deinen Support. Okay, das bedeutet also, du kannst jeden Gen nur nochmal achtmal regressen. Da musst du dir also jetzt ganz genau überlegen, ob du mit Poppen Gen treten willst, ob sich das überhaupt lohnt oder ob du das nicht willst. Und ja, Jolt kannst du gar nicht verhindern. Wenn Gen davon getroffen wird, dann ist dann schon einmal davon weg. Oder wenn du zwei, dreimal Jolt auf einen Gen draufknatterst, dann hast du halt schon, weiß ich nicht, dreimal dann einen Regression Event auf den Gen draufgeballert. Ja, das ist halt wirklich toll. Ein Indicator will show the killer if a generator can no longer be damaged. Also, wenn der Generator dann jetzt so ist, dass du den nicht mehr damagen kannst, dann siehst du das als Killer. Finde ich jetzt auch schon wieder irgendwie doof, weil es wäre halt schon dann schön, auch zu sehen, wie oft kann ich den Gen denn noch kicken. Also wenn ich jetzt das auch noch managen muss, was ich ja dann muss, dann wäre es doch toll, wenn man wenigstens sehen könnte, okay, den Gen kann ich jetzt noch fünfmal treten. Dann überlegt man sich das dreimal, ob man das noch macht. Oder nur noch einmal. Dann überlegt man sich das auch dreimal, ob man das noch macht. Also keine Ahnung. Ich finde, das ist jetzt wieder so eine neue Ebene, wo du das jetzt auch noch managen musst. Ach, guck mal, der kommt doch durch. Komisch. Egal. Verzögert, aber der Alert war da. So. In the overwhelming majority of games, this will not come into play. Aha, okay. Also in der überwältigenden Masse der Games wird das nicht passieren. Ja, das Problem ist hier schon wieder, du merkst halt, so wie ich es gestern und davor und davor und davor schon gesagt habe, die spielen ja eigentlich das Spiel nicht. Wenn ich gucke, was ich für Matches habe, ich habe das relativ häufig, dass ich viel Gens trete und regresse und ich habe auch immer mal wieder so eine 3-Gen-Geschichte, die eben dadurch zustande kommt, dass die Leute sich eben selber 3-Gennen. Aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Da sage ich auch nochmal ein paar Gedanken zu, die ich habe. However, in these scenarios, where the killer is defending a set of generators and refusing to chase survivors, there will eventually come a point where they can no longer damage the generator, helping bring an end to excessively long matches. Ja, also, wenn der Killer also in der Situation ist, dass er 3 Gens verteidigt, dann wird irgendwann der Punkt kommen, dass er die Gens eben nicht mehr treten kann und dann soll das eben helfen, dass man nicht mehr so ewig lange Matches hat. Das Ding an der Sache ist, ist einfach. Du kannst 3 Gens nicht gegen 4 Leute verteidigen. Das geht nicht. Gegen 3 wird auch schon schwierig, je nachdem, wie die Konstellation ist. Gegen 2 Leute kannst du das eventuell machen. Die Sache ist, natürlich, es gibt die Leute, die jetzt mit Skull Merchant oder die mit dem Porgel-Typen versuchen, die 3 Gens zu verteidigen und nichts anderes mehr zu machen, außer die 3 Gens zu verteidigen. Das liegt aber am schlechten Design von diesen schlechten Scheiß-Rotze-Killern. Die sind zum Chasen nicht wirklich geeignet, aber die eignen sich vor allen Dingen dafür. Gerade Singularity und gerade Skull Merchant sind echt furchtbar schlechtes, kacke Design. Da kann ich nur sagen, liebe Entwickler, designt bessere Killer und nicht so eine Haufen Scheiße-Killer, die keiner spielen will oder die jeder nur so bescheuert spielt, wenn er sie spielt. Wenn ich als Killer in diesem Szenario lande, dass ich 3 Gens nebeneinander habe und die verteidigen kann, dann nehme ich das gerne mit. Und dann haben die Survivor hier einen Fehler gemacht. Du hast genug Möglichkeiten, wie du das verhindern kannst. Selbst als Solo-Q nimmst du dir einfach Déjà-vu mit. Da siehst du, welche Gens nebeneinander sind und dann versuchst du das eben direkt von Anfang an aufzubrechen. Oder du lernst halt das fucking Game und du lernst halt, wie das Layout ist. Wenn du auf dem Azeroth's Resting Place bist oder wenn du auf dem Sanctum of Wrath bist, dann weißt du, okay, du willst nicht 3 Gens auf einer Seite stehen lassen. Du musst gucken, dass du das von Anfang an aufbrichst. So ist das halt einfach. Und der Killer, Killer refusing to chase survivors, ja, warum denn? Weil die Effizienz am Gen zu arbeiten höher ist als die Chase-Effizienz. Wenn du noch genug Paletten und Second-Chance-Perks mit übrig hast, dann lohnt sich ne Chase oftmals einfach nicht. Bevor du den hast, sind dann die Gens fertig geklöppelt. Es ist aber auch mit deiner Aufgabe, die Gens zu verteidigen. So wurde es früher immer kommuniziert. Und jetzt wird oft immer gesagt, oh, du bist ein Killer, refusing to chase. Ja, Junge, dann mach es doch so, dass man vernünftig chasen kann. Dann chasen die Leute auch. Das ist schon wieder genau dieses verquerte Denken von diesen Deaths. Im High-MMR, wo du Matches hast, wo die Leute effizient spielen können, wo man nach sich ein bisschen richten müsste, da ist es eben so, dass die Leute genau wissen, wie es funktioniert. Die versuchen dich in eine Endlust-Chase reinzubeten, die überhaupt nichts bringt, keinen Mehrwert hat. Wenn du willst, dass die Leute chasen, dann rewarde sie fürs Chasen. Und hier hast du wieder so eine Punishment-Mechanik. Das ist genau das Gleiche wie mit, oh, du bist ein Tunnel, Tunnel nicht, oh, du bist ein Camper, Camper nicht. Grabs am Haken machen wir weg, wir machen BT-Base-Kit rein und wir machen selbst an Haken-Base-Kit rein. Ja, hui, 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 toll, 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 toll. Und jetzt machen wir das auch noch rein, dass du da auch noch für bestraft wirst, wenn du das machst. Ja, die Leute, die nicht spielen können, ja, wie wär's denn mal mit Learn to Play? Ja, okay. Dumm, einfach nur dumm. Da hast du diese Problematik. Und aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, ergibt sich dieses Problem. Und jetzt versuchen die das auf diese Art und Weise zu lösen. So. Also du kannst jeweils nur noch achtmal ein Gen regressen. Und übrigens, noch ein weiterer Gedanke, ich stelle mir jetzt folgendes Szenario vor. Ich stelle mir vor, wir haben drei Gens close beieinander und ich stelle mir vor, zwei Survivor sind übrig und ich stelle mir vor, ich stehe als Killer daneben. So. Wenn jetzt diese beiden letzten Tröten jeweils sagen, nö, ich mach keinen Gen, ich will die Luke und das sagt jeder von den beiden, dann verstecken die sich auch wieder bis zum Sankten-Überleinst-Tag. Und wenn ich dann als Killer sage, ja, dann bleibe ich halt neben den Gens stehen, dann habe ich die gleiche Scheiße übrigens immer noch. Ob das jetzt hier drin ist oder nicht, ist das völlig egal. Völlig, völlig egal. Das interessiert nicht. Wenn die nichts mehr machen wollen und ich bleibe neben meinen Gens stehen, dann bleibt das halt trotzdem genauso, wie es vorher ist. Also da wird sich in der Hinsicht nicht viel dran ändern. Ich denke mal, das werde ich immer noch sehen. Und dann werden wir immer noch Excessively Long Games haben. Das ist nämlich genau das, wo dieses Problem into play kommt. Und nicht an der Stelle, wo du noch mehrere Survivor leben hast, die wirklich wissen, wie sie spielen können. Also mehr als zwei. Ja. Im Endeffekt ist das auch ein indirekter Nerf für alle Gen Regression Perks. Also wenn du jetzt sowas wie Jolt nimmst, wenn du jetzt sowas wie Skirt Shock Pain Resonance nimmst, wenn du sowas wie Popgoes und Weasel nimmst, wenn du sowas wie Eruption nimmst, das wird im Endeffekt alles indirekter durchgenervt. Ich meine, achtmal gut, kann man jetzt sagen, ist ja noch eine Menge, kann man ja noch relativ häufig. Aber ja, mal gucken, vielleicht regulieren sie das ja auch noch runter auf sechsmal nach der PTB. Denkt an meine Worte, die machen sowas ja ganz gerne. Wenn sie merken, okay, das ist doch zu viel, hat doch nicht genug Impact, dann nehmen sie da noch mal ein paar Ladungen runter. Dann nehmen sie da noch mal ein paar Regression Events runter. Das könnte halt auch passieren. Ja. Schauen wir mal. MCDoc, grüß dich. Ich lese es gerade durch, hör mir zu, dann weißt du, was ich dazu denke. Ich will mich jetzt nicht immer unterbrechen und ich greife auch nicht vor. Billy und so weiter und so fort bin ich noch nicht, kommen wir gleich zu. Setz dich zurück, entspann dich, nimm mir was zu trinken und hör mir einfach zu, wie ich das hier runterrassle, weil ich will das auch auf YouTube reuploaden. Deswegen will ich mich nicht zu sehr unterbrechen und vor allen Dingen will ich auch nichts vorgreifen. Das würde so viel durcheinander bringen, das möchte ich nicht. Okay. Gilt das auch bei Ruinen? Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. At the same time, we want to address a point of frustration for killers as well. Okay, also einen Frustrationspunkt für die Killer wollen sie auch in Angriff nehmen. Survivors working on a generator briefly to stop it from regressing or gen tapping for short. Also sie wollen dieses gen tappen, wollen sie auch adressieren. Und du kannst ja jetzt als Survivor einmal kurz hingehen, einmal in der Chase, einmal kurz an den gen antippen und dann ist die regression sofort gestoppt. So, giving that the number of regression events is now limited. stopping a generator from regressing is more meaningful than ever. To prevent survivors from tapping a generator to negate one of those regression events we have made two changes. Also sie haben es so gemacht, weil man ja jetzt nur noch jeden Gen insgesamt achtmal regressen kann, mit Treten oder mit einem Perk. Deswegen will man das jetzt wegmachen, dass die Survivor einfach gen tappen können. Okay, dazu haben sie zwei Änderungen gemacht und zwar wenn du einen Generator kickst ohne irgendwelche Perks, dann machst du fünf Prozent runter von dem Gen. Die Frage ist, ist jetzt hier fünf Prozent overall gemeint oder current? Ich denke mal overall, aber ich weiß es nicht, steht hier halt nicht. Ich meine die 2,5, die vorher waren, waren overall. Das bedeutet, es ist nicht so wie bei Pop, wo du dann vom current progress so und so viel Prozent abziehst. Ja. Okay, ist jetzt nicht so viel, muss man sagen. Und jetzt ist folgendes, at least 5 Prozent of the Generators Total Charges must be repaired to stop regression. Otherwise, it will be, it will begin regressing again when the Survivor stops repairing. Also, wenn der Survivor das Regressen stoppen will oder wenn die Survivor das stoppen wollen, müssen sie mindestens fünf Prozent Generators Total Charges steht hier sogar. Okay, dann wird das damit auch gemeint sein. Vermute ich jetzt mal. Steht hier zwar nicht, aber ich vermute es mal. Es wäre schön, wenn die sich genauer formulieren würde, damit man auch wirklich wissen würde, was die da genau meinen. Aber ja, ich nehme es jetzt mal an, dass mit 5 Prozent runter vom Gen auch Total Progress gemeint ist. Und das bedeutet also, du musst vom gesamtmöglichen Fortschritt vom Gen 5 Prozent fertig reparieren, damit dann Regression gestoppt wird. Du kannst dann also nicht mehr Gen tappen. So. This will help ensure that the killer always gets some value from kicking a generator and encourage survivors to think twice before attempting to stop the regression. Ja, das ist halt auch wieder so dieses. Wenn ich jetzt drei Gens Klos nebeneinander habe und die regressen und es sind nur noch zwei Leute am Leben und ich kann immer schnell hinten und her zwischen den Gens laufen, ja, dann müssen die ja im Endeffekt fünf Prozent vom Gen reparieren. Ich denke mal, am Stück ist damit gemeint. Das müssen wir morgen mal testen, bevor das dann stoppt. Oder kann man quasi einmal den Gen antatschen und dann ein Prozent reparieren, wieder weggehen, dann regress der wieder, dann gehst du wieder hin, machst du wieder ein Prozent und dann zählt das zwei Prozent. Das weiß ich natürlich nicht. Das müsste man wirklich mal gucken. Das ist hier sehr schwammig formuliert. Aber ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Nowhere to hide wird ja dann auch genervt. Ja, weil du im Endeffekt nur achtmal den Gen regressen kannst und wenn du den nicht mehr kicken kannst, weil die Charges weg sind, kannst du Nowhere to hide auch nicht mehr nutzen. Das stimmt schon. Klar. Das stimmt. Patti, grüß dich. Niki, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Ja, also das ist wieder so gewollt und nicht gekonnt in meinen Augen. Also fünf Prozent Regression, wenn du keinen Perk mit hast. Okay, ja, gut. Ist aber jetzt nicht so viel und wenn zwei Leute in einem Gen arbeiten, da sind fünf Prozent vom Total Progress natürlich auch schnell erreicht. Muss man natürlich so sagen. Ich glaube, alleine ohne Skillcheck, ohne Toolbox, ohne Perk müssten das irgendwie 4,5 Sekunden sein, wenn ich nicht ganz falsch liege, die du daran sitzt. Aber wenn du alleine schon Déjà-vu mit hast und sechs Prozent dadurch bekommst und dann vielleicht noch Resilience mit hast, weil du verletzt bist und dann insgesamt 15 Prozent und Toolbox, ja, da sind fünf Prozent sehr schnell repariert. Du kannst es halt nicht machen, wenn du jetzt irgendwie mitten in der Chase bist und dann tappst du den Genner mal an. Das geht nicht mehr, aber ja. Was halte ich jetzt von dieser Idee? Ich glaube, das ist echt richtiger Scheiß. Bei den Nulpi-Tulpis wird sich das wieder überhaupt nicht auswirken, genauso wie der Selbst-Unhook, den wir hatten und bei den Leuten, die Hardcore reinzwecken, die werden sich das schon irgendwie zu Nutzen machen. Safe. Ich denke mal, ich werde versuchen, häufiger sowas einzusetzen wie Deadlock, was ich ja sowieso schon piele, vielleicht mal wieder ein bisschen mit Deadman Switch. Kommt auch immer drauf an, welchen Killer du hast. Hast du einen Doktor mit einer 3-Gen-Strat und du kannst zwischendurch immer mal wieder den Static Blast machen, kannst du damit natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute vom Gen wieder weggescheucht werden. Also ich denke, der 3-Gen-Strat ist damit nicht komplett eliminiert. Absolut nicht, weil es kommt sehr stark darauf an, wie sich die Leute verhalten. Wenn die Leute keine Gens mehr machen, dann stehst du immer noch mit deinem 3-Gen da. Wenn du sagst, okay, ich will nicht chasen, klar, du kannst irgendwann nicht mehr kicken, aber wie gesagt, bei zwei Leuten, wenn die 5% reparieren müssen, um den Regression zu stoppen, wird wieder abenteuerlich. Wird wieder abenteuerlich. Man muss den 5% reparieren und wenn du unter 5 loslässt, regress der weiter. So habe ich das verstanden. So hast du das verstanden, aber das heißt nicht, dass das so gemeint ist. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich würde es auch so verstehen, aber das heißt nicht, dass das so gemeint ist. Das sehen wir morgen in der PTB. Das kann in der Realität wieder ganz anders sein. Ich spiele das Spiel seit Tag 1 und ich lese die Patchnotes seit Tag 1 und ich gucke die Devstreams seit Tag 1. Da können die komischsten Dinge passieren. Glaube es mir, mein Freund. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne diese Entwickler. Ich kenne ihre sehr schwammigen Formulierungen. Es steht nicht klar hier drin. Es ist nicht klar ausformuliert und insofern das nicht der Fall ist, es ist nur eine Vermutung und du kannst nicht sagen, das ist so. Also von daher, wie gesagt, es kann auch sein, dass du 1% machst, weggehst, dann noch 1% weggehst und das deckt dann hoch. Und wenn du dann den 5.% machst, dann zählt das als 5% und dann stoppst die Regression. Das ist möglich. Es ist nicht unmöglich. Das kann sein, dass die das so gemacht haben. Gut denkbar. Also vertu dich mal nicht. So, Patti, danke schön für die 10 Monate. Danke für den Prime. Schön, dich immer noch mit dabei zu haben. Genieße dein Salz. Weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Ich stelle dich nicht in Frage. Nee, nee. Wir stellen die Devs in Frage. So ist das zu sehen. Ich will nur sagen, verbreite nicht irgendwelche Gerüchte, die dann vielleicht doch nicht stimmen. Wir wissen es halt einfach nicht. Also wir müssen uns das wirklich in der PTB mal genau angucken, wie das jetzt hier funktioniert. Das ist halt nur so ein kleiner Text. Da steckt zwar schon eine ganze Menge drin, aber wie das in der Realität aussieht, das müssen wir wirklich alles im Detail ausprobieren. Und dann darf man noch eine Sache nicht vergessen. Kill Your Friends weicht oftmals vom normalen Match ab, tatsächlicherweise. Also da waren auch schon so Sachen, wo du im Kill Your Friends Sachen hattest, die dann da so funktioniert haben. Das ist ja das, was wir meistens auf der PTB spielen. Und im normalen Match war es dann doch wieder anders. Oder aber, was auch passieren kann, ist, dass die nochmal was von der PTB zum Live-Build ändern. Das kann also auch sein. Das wird auch so sein. Safe Call. Also warten wir das mal in Ruhe ab. Ich bin jetzt nicht so angetan von dieser Änderung. Ich glaube auch nicht, dass es das Problem in den High-MMR-Matches lösen wird. Jetzt kann natürlich wieder jemand um die Ecke kommen und sagen, ja, aber die High-MMR-Matches, die sind ja nicht ausschlaggebend. Ja, das mag ja sein. Aber da treten diese Probleme vor allen Dingen auf. Also, ich spiele im High-MMR-Bereich 100%. Und da ist nämlich genau dieses Problem mit diesem 3-Gen. Ich glaube tatsächlich, bei den Leuten, die zu dumm für das Spiel sind, da ist das uninteressant. Also bei den Durchschnitts-Nulpi-Tulpis, da ist das uninteressant. Da wird das nicht so häufig auftreten. Da sind die Leute schneller tot, als du gucken kannst. Da ist ja eh jeder Killer-OP. Also ja, schauen wir mal. Schauen wir uns das ganze Getröte mal an. Mann, Mann. Ja, genau. Wenn, dann stellen die Devs Gerüchte auf. Ja, wie gesagt, die werden wissen, wie es funktioniert. Aber die formulieren es halt oftmals nicht so, dass man es richtig verstehen kann. Nordamus, grüß dich, Ossi. Wie geht's? Schön, dich zu sehen. Okay. Dann schließt das jetzt erstmal den Punkt mit den Generatoren ab. Da wollte noch jemand was zu Ruin wissen. Ich denke mal, Ruin wird nicht zählen, weil Ruin macht ja nicht Insta 2,5% weg, wenn sie es nicht so geändert haben. Die haben was an Ruin gemacht da unten. Ich glaube, das war aber nichts in der Hinsicht. Also Ruin dürfte tatsächlicherweise nicht zu diesen Regression-Events dazugehören. Weil es ja nicht Insta das wegmacht. Weil ein Pöp muss ja Insta 2,5% vom Gen wegmachen, damit es als Regression-Event zählt. Das macht es nicht und dementsprechend ja. Dachte Montag ist Schundag. Ich hatte letzte Woche Urlaub und wenn ich jetzt heute wieder Urlaub machen würde, dann wäre das too much, würde ich sagen. Also ich ziehe jetzt durch. Safe. Weil das hat für mich sonst keinen Nährwert. Und wir haben ja diesen Dev-Block, den ich hier einmal durchgehen will. Ich bin mal bei Search gespannt. Das ist ja eigentlich auch kein Kicken. Also bin ich auf Monten gespannt. Search ist ein Regression-Event. Ganz klar zu sehen, weil Search sieht 8% vom Gen ab. Guck in die Beschreibung. Also ja, Search wird auch auf diese Regression-Events zählen. Safe. Das steht hier. Search, ähm, äh, Scourge of Pan-Resonance, ähm, Eruption. Das zählt alles dazu. 100%. Das ist ein Regression-Event. So ist es ja. Es steht ja auch extra Regression-Event. So haben sie es ja umbenannt. Und nicht Kick-Event oder was auch immer. Also da kannst du von ausgehen. Da kannst du safe von ausgehen. Das zählt mit dazu. Wenn du 2-3 Mal, äh, Search machst in einem Umkreis und Gens werden getroffen, dann hast du 2-3 Regression-Events schon weniger. 100%. Das wird so sein. Okay. Noch Fragen zu diesem ganzen Gen-Gedoodle? Was nicht dazu zählen müsste, wäre Ruinen. Habe ich gerade gesagt. Bin ich gerade darauf eingegangen. Ja. Müsste. Ist die richtige Formulierung. Werden wir auch sehen. Werden wir sehen. Okay. Frage. Ja, dann stellen Sie Ihre Frage. Stellen Sie Ihre Frage, damit wir danach dann zügig weitermachen können. Weil wir wollen ja durchkommen mit dem ganzen Getöse hier. Was hätte Ruinen für einen... Da kommen wir doch gleich zu. Die Sachen, die ich noch nicht beredet habe, die noch hier unten stehen, seien Sie geduldig. Da kommen wir doch gleich zu. Okay. Stück für Stück, slowly but slowly. Kurze Zusammenfassung, aber bitte sehr kurze. Nein, mache ich nicht. Weil wenn ich das jetzt anfange, dann kann ich das so nicht mehr hochladen. Wir gehen zum nächsten. Wenn du das sehen willst, dann guck dir einmal meinen Watt an oder warte, bis ich das auf YouTube hochlade. Tut mir leid. Können wir morgen im Detail nochmal drüber reden. Sonst verfranse ich mich hier total. Dann kommt gleich wieder der nächste. Will auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, dann werde ich nicht mehr fertig. Das wird eh schon so ein langes Schinken-Ding in hier. Field of View Setting. Is Shadowborn permanently locked into one of your Perk Slots? Well, that's about to change thanks to the new First-Person-Field-of-View-Slider. Starting with this update, Killers in First-Person will be able to adjust the Field of View to something they're more comfortable with, ranging from 87 degrees, the current default, interessant, to 103 degrees, the current maximum with Shadowborn. Okay. Du kriegst jetzt also im nächsten Update ein Field of View-Slider und du kannst dich dann entscheiden, ob du von 87 Grad Blickwinkel bis zu 103 Grad Blickwinkel gehen willst. Das ist der Standard momentan und das ist dann Shadowborn. Also mit jedem First-Person-View-Killer hast du die Möglichkeit, Field of View-Slider jetzt zu bearbeiten. Also haben wir jetzt quasi Shadowborn-Base-Kit, wenn man so möchte. Perks which alter your Field of View, Shadowborn and Monitoring and Abuse will need to be adjusted. We'll cover exactly how those Perks are changing later in this post. Also Shadowborn selber und Monitoring and Abuse werden überarbeitet. Ja. Das erklären sie dann später im Dev-Blog. Bear in mind, this option only applies to First-Person-Field of View and therefore will not affect Survivors. Also das ist nur für First-Person vom Killer und wird also Survivor nicht betreffen. Since Survivors play the game from their Third-Person-Perspective, a wider Field of View would add to an already adventurous Camera-View. Also Survivor haben sowieso schon die dritte Person-Sicht, können damit sowieso schon viele Sachen machen, die der Killer nicht machen kann und das würde dann dazu führen, dass die eben dann noch mehr Vorteile hätten und das wollen sie nicht. Das würde das Gameplay beeinflussen. Würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, Stichwort Stretched Resolution. Initially, this feature will be accessible through the Beta-Tab in the game. Also das wird ein Beta-Tab im Game sein. Ja. Gibt's also so nicht mehr viel zu zu sagen. Gucken wir mal, was damit dann passiert. Ja, ist Quality of Life, würde ich sagen. Also ich denke mal, das werde ich auf jedem Killer dann einfach auf Maximum hochdrehen oder werde das einmal auf Maximum hochdrehen, damit ich auf jedem Killer Shadowborn habe. Weil ich sehe nicht, welchen Grund es dafür geben würde, das nicht zu nutzen. Größerer Sichtwinkel ist halt definitiv von Vorteil. Da haben sie mal was Gutes gemacht. Ja, gut. Klepp, klepp, das ist was, was sie schon längst hätten machen sollen. Also weiß ich nicht. Klar, Props, wo Props gebührt, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, für so eine ganz kleinen Kleinigkeiten, die eigentlich bei anderen Games Standard sind, bei einem Spiel, was schon sieben Jahre draußen ist, Junge, Junge, Junge. Da will man dann auch nicht overhypen, ganz ehrlich. Also, wenn man da für so eine Pissdinger schon loben muss als Killer, I don't know. Ja, Shadowborn of Nurse ist ganz praktisch, klar, natürlich. Und wenn man dafür wenigstens dann kein Perkman mehr mitnehmen muss für, ja. Okay. Sie brauchen halt, wie immer, zu lange für Dinge. Ja, und dann gucken wir mal, wie die Umsetzung so funktioniert. Das ist ja auch nochmal die Frage, ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch wieder einige Sachen kaputt gegangen sind. Hatten wir ja vor kurzem auch schon, dann fliegen die Huntress-Äxte nicht mehr dahin, wo sie hinfliegen sollen oder so eine Scheiße. Würde mich nicht wundern, wenn sowas auch wieder passiert. Also warten wir mal ab. Oder die Nurse mit ihrem Fatigue oder so. Mal sehen, ob sie das überhaupt fixen. Das ist ja auch immer noch kaputt. Oder der Pyramidenschädel mit seinem komischen Erdbeben- Attacken-Moped. Ach komm, hör auf. Wir werden sehen. The Unreal. Also, Sadako, das Lutschpüppchen, wird auch wieder überarbeitet. Haben sie ja jetzt auch schon x-mal gemacht. Ist ja immer noch irgendwie guggel. Was passiert denn jetzt? Das ist auch schon wieder so ein Killer, wo ich langsam nicht mehr durchblicke. Genauso wie bei der Büffelhüfte, bei der Skull Merchant. Da blicke ich auch nicht mehr durch. Die wurde jetzt schon so oft verändert, da kannst du dich nur an den Kopf packen und dich fragen, ja, wie oft denn jetzt noch? Irgendwie jeden zweiten Major-Patch wird der Killer verändert und kein Mensch blickt mehr durch. Ja. A few months ago, we released a major update on the Unreal. Ja, genau. Vor ein paar Monaten habt ihr schon ein major update für die Brunnen-Olga gemacht. Für das Brunnen-Mädel gemacht. Ja, und jetzt schon wieder eins. Though some players were pleased with the changes, many long-time Unreal-Mains felt that her gameplay had changed too much from the killer they once laughed. Ja, okay, ein paar Leute fanden es toll und die meisten fanden es wohl angeblich kacke. Ich denke mal, hier muss man ganz klar sagen, dass du mit Unreal so gespielt hast, dass du einfach nicht mehr gehuckt hast. Die meisten haben nur auf diesem Condemned-Scheiß gespielt, was du ja durchaus auch konntest. Und Gruppen, die nicht richtig verstanden haben, wie der Killer funktioniert, davon gab es ja genug, die sind dann dadurch gebumst worden und wurden gar nicht gehuckt. Die wurden nur geschluckt und dann weggemurriert mit ihrer Condemned-Fähigkeit. Ich denke, das ist die Wahrheit, warum sie sie wieder ändern und nichts anderes, weil die armen Tuf-Tufs geheult haben. Ich kann es ja verstehen, gegen sowas zu spielen ist halt scheiße. Gegen Unreal spielst du sowieso selten, weil der Killer eine Lutschpuppe ist und wenn du dann gegen sie spielst, dann hast du immer so einen Knilch, der da so eine komischen Sachen versucht. Aber ja, das liegt im Endeffekt daran, dass ihr den Killer scheiße designt habt. Mal sehen, ob ihr das jetzt mit dem Update gerade biegen könnt und retten könnt. Schauen wir mal. Verschlimmbessert. Richtig, genau, das trifft ziemlich gut, Schnurri. Ja, war vorher schon scheiße, war hinterher noch beschissener. In this Update we want to revisit Sadako once more to find a middle ground which better appeals to all her players. All the new. Also sie wollen jetzt einen guten Mittelweg finden. Ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Condemned. In the last Update condemned would spread to all survivors who were not holding a tape whenever Sadako projected to a TV. Also im letzten Update wurde auf jeden Survivor condemned übertragen, der eben kein Tape in den Pfoten hatte. Okay. This allowed her to spread her curse more often, but many felt that this favored teleporting as soon as possible rather than strategically during a chase. But many felt that this favored teleporting as soon as possible. Ja, natürlich, klar. Im Endeffekt bist du nur noch teleportiert, 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 einfach nur, damit du eben diesen Condemned aufbaust. Aus keinem anderen Grund. We have a few changes in mind to restore this gameplay while keeping Condemned more prominent. Also sie wollen jetzt das Gameplay nochmal verändern und ja, das Condemned soll dann auch nochmal anders funktionieren. When the Unreal teleports, survivors within 16 meters of a powered TV will receive a stack on Condemned. Okay, also wenn Unreal jetzt teleportiert mit dem nächsten Patch, wenn Survivor, die im 16 Meter Umkreis von einem Television sind, einen Stack von Condemned bekommen. The teleport cooldown has been removed. Du hast keinen Cooldown mehr auf dem Teleporten. Das bedeutet, du kannst jetzt also so häufig, wie du willst, hin und her porten. Aber ich glaube, der Fernseher muss halt powered sein. Wenn du hinten portest, wird der deaktiviert und wenn die Survivor einen Tab rausnehmen, Deine Survivor ist hooked. The current Condemned progress becomes locked in, preventing it from being removed. Okay, wenn du gehuckt wirst, geht dein Condemned nicht mehr weg, sondern das bleibt bestehen. Locked, also ich denke mal, du bekommst auch nichts mehr dazu. Du verlierst aber auch nichts. This will make it very risky for Survivors to ignore Sadakos curse. Also du kannst den Condemned nicht mehr ignorieren. Gut, konntest du davor eigentlich aber auch nicht. Wenn du eine Sadako hattest, die immer nur geportet, 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 geportet hat, konntest du das auch nicht ignorieren, weil dann bist du nämlich auch am Ende gebumst worden. Warst du komplett condemned und die hat dich gekriegt, dann hat sie dich gemurriht. Also von daher stimmt das auch wieder nicht so ganz. Survivor will want to shut off nearby TVs and deposit their tabs before it's too late. Okay, also die Survivor wollen eben die Fernseher ausmachen, die in der Nähe sind, wenn sie dann Jen machen oder so, denke ich mal, und die Tabs aber auch abgeben, bevor es dann eben zu spät ist. Okay, jetzt lass uns das nochmal durchdenken. Also wenn du ein Tape in der Hand hast, bekommst du trotzdem condemned, aber die Frage ist jetzt, was passiert, wenn du gedowned wirst mit dem Tape in der Hand? Kriegst du dann auch nochmal extra condemned oder was passiert dann? Also die Tapes haben sie jetzt auch nochmal wieder überarbeitet, so wie sie vorher waren. Tapes no longer protect survivors from gaining condemned. Also das hatten wir oder inflict condemned wenn ein survivor gehadet wird. Auch nicht wenn er in den dying state geht? Behältst du das Tape? Was passiert wenn du noch am Haken land ist? das Tape dann auch noch da? Tapes can only be disposited in the fursus TV from where they were picked up. Ja gut, das war früher so, das war dann danach nicht mehr so und das ist jetzt wieder so. Also wenn du ein Tape raus nimmst dann musst du das am weitesten fernseher abgeben der der am weitesten von dir weg ist das wird halt so wieder lustig wenn du zum Beispiel auf rpd bist und auf der einen Seite zum den musst du komplett zur anderen Seite laufen ja das wird auch wieder toll ok this will once again force the survivor to spend some time crossing the map in order to delay the curse ok damit wollen sie die Leute eben dazu zwingen dass die mehr Zeit dabei verbringen wenn sie von A nach B laufen ok naja gut da könnte man vielleicht strategisch versuchen sich ein Tape da zu nehmen wo man dann weiß okay das ist jetzt nicht so schlimm wenn du in der Mitte von rpd dir ein tape nimmst dann brauchst du nicht so viel weg zurück legen wie wenn du rechts oder links außen eins nimmst logged in heißt dass wenn du zum beispiel fünf stacks hast und wirst du die fünf nicht mehr los ja habe ich ja so gesagt du kannst danach weiter stacks bekommen daher sollte man zusehen ja aber nicht solange du am Haken hängst danach natürlich das ist schon klar das habe ich aber auch so gesagt daher soll man zusehen dass man gar nicht erst welche aufbeult weil man sie nicht mehr los wird ja das habe ich genau so gesagt grüß dich genie wie geht's dir logged in bedeutet am haken dass du eben auch am haken aber keine mehr dazu bekommst wenn du runter kommst dann kriegst du wieder welche sonst wenn du am haken landest hast du so verloren so war das vorher so habe ich es auch gesagt also habe ich es richtig gesagt müsste so stimmen the previous update made it so the onryo couldn't start a chase while demanifested also wenn du demanifestiert bist konntest du keine chase starten das war aber glaube ich noch nie so oder gab es jemals eine variante von demanifested starten konnte Leonie grüß wie geht's okay this had a side effect of making it very obvious when she demanifested in the middle of a chase allowing survivors to anticipate it and play around it okay also man konnte anhand dessen dann eben feststellen wenn die Sadako in der Mitte von einer chase sich wenn sie sich in der Mitte von einer chase demanifestiert hat aber warum sollte man das tun das bringt doch eh nichts also Sadako habe ich im Leben nicht so benutzt gegen smarte survivor dass ich mich in einer chase demanifestiere da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin to be honest only you can know chase survivors while demanifestated das hat keine Auswirkung auf smarte survivor 0 das ist komplett schwach sinn dann hab ich dich falsch verstanden klang so als dachtest du nach dem hanken könne man keine stacks mehr bekommen doch doch das ist schon klar nur solange du dran hängst ja alles gut passt soweit ich meine auch nicht ich meine das ist neu aber das ist bullshit das demanifestiert chasens scheiße hochdrölf demanifestierst du dich nicht das machst du nicht ich glaube nicht dass das irgendeinen mehrwert hat wenn du demanifestiert bist dann kannst du im endeffekt naja du könntest durch survivor durchlaufen wenn die versuchen dich zu body blocken vielleicht maybe dafür aber ansonsten ist das scheiß mit reiß so ist das löwenherzen so ist das das demanifestieren wenn du demanifestiert bist dann hast du keinen terrorradius kein rotes licht und du kannst durch survivor durchlaufen und du flackerst immer so ein bisschen auf also ja leute die smart sind für die ist das egal vor allem du siehst es doch auch trotzdem wenn die demanifestiert also das ist scheiße schon wieder das ist bullshit das ist dumm das bringt nichts gar nichts das sag ich euch jetzt schon jedenfalls nicht gegen smarte survivor und damit meine ich halt welche die halt halbwegs verstanden haben wie sie funktioniert additionally many pointed out that one of the onrios changed add-ons raikos watch was very fun to use also raikos watch soll ein tolles add-on gewesen sein haben viele gesagt rather than add the effect back to the add-on ach so das haben sie weggemacht das wollen sie jetzt nicht wieder zurück machen sondern jetzt wollen sie das ins base kit einbauen the duration of invisibility while demanifestated has been increased to 1.2 seconds also du bist jetzt 1,2 sekunde unsichtbar wenn du dich demanifestierst ja hui 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 toll das wird's bringen with all these changes in mind we have revisited we have revisited a handful of the onrios add-ons which either no longer have a purpose or promoted strongly disliked game playstyles oder playstyles ja also jetzt mit den ganzen änderungen haben sie dann auch einige add-ons geändert die stehen hier aber jetzt nicht das heißt das müssen wir morgen dann mal gucken was sie da geändert haben okay okay mhm ja also add-ons die dann eben dafür sorgen dass du einen playstyle wählst der eben scheiße ist auf gut deutsch porten 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 slaggen 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 condemned kill Ende im gelände ja das ist glaube ich auch der ursprungsgedanke warum sie die wieder ändern weil die wenigen leute die die noch gespielt haben haben genau das gemacht und das versuchen die jetzt damit zu bekämpfen ob das jetzt wieder funktioniert das werden wir sehen wenn wir das erstmal wieder ausprobieren ich könnte mir vorstellen dass es nicht funktioniert wir werden sehen ja wir werden sehen okay onryo war nicht mein Lieblingskiller so wie sich das anhört wird es auch nicht mein Lieblingskiller werden denke ich mal grüß dich ska wie geht's dir schön dich zu sehen schön dass du da bist habt ihr noch Fragen dazu weil wenn nicht dann gehen wir zum nächsten Kapitel zum nächsten Killer boah da kommt ja noch richtig viel auf uns zu das ist ja ein richtig dicker Block hier Wahnsinn ich bin so froh dass mein Paddels erst beim nächsten Update rankommt wir schauen mal nächstes nächstes Update für Hillbilly oh oh watch out survivors it looks like someone unwrapped a brand new chainsaw it's the Hillbilly's turn for an update okay ja hui 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 aufgepasst der Hillbilly bekommt eine neue Kettensäger der Hillbilly bekommt eine neue Mechanik und dann gucken wir mal Overdrive the controversial overheat mechanic is no more die nehmen die Oberhitzungsmechanik für den Hillbilly raus hui 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 kein Yusuf grüß dich Overdrive is the new talk of the town oi 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 also Overdrive heißt das jetzt der Hillbilly bekommt also die overheat Mechanik weg und kriegt die Overdrive Mechanik rein jetzt schauen wir mal was das ist da bin ich immer gespannt as the Hillbilly uses his chainsaw it will generate heat just like before also wenn du als Hillbilly die Kettensäger benutzt dann erzeugt sie Hitze genauso wie davor when the heat meter is full not only will the heat continue being able not only will he continue being able to use it okay also when the heat meter is full not only will he continue being able to use it so ist korrekt but his chainsaw will kick into Overdrive and gain the following effects for the next 20 seconds also wenn du die Kettensäger überhitzt oder das Überhitzungsmeter voll ist kannst du die Säge immer noch benutzen und on top bekommst du folgende Effekte chainsaw charge speed is increased by 5% du kannst die Kettensäge 5% schneller aufladen his chainsaw sprint movement speed increases to 13 meter per second du bekommst eine sprint movement geschwindigkeit von 13 meter pro sekunde jetzt wäre es spannend zu wissen was ist denn die standard geschwindigkeit habt ihr da auch was dran rumgeschraubt oder habt ihr das standardmäßig gelassen und das ist wirklich jetzt ein buff was man im overheat bekommt hm chainsaw sprint cooldown are reduced by 10% okay cooldown vom sprint wird um 10% verringert in short version heat is good also das overheat ist gut das überhitzen ist jetzt positiv die billy mains kommen wieder ja mal gucken wir wollen es mal nicht overhypen die frage ist wie gesagt haben sie auch was an den standard einstellungen von ihm verändert es könnte ja sein ich weiß es nicht 100% weil ich die zahlen nicht im kopf habe warum auch ist einfach zu viel es könnte ja sein dass sie die standard säge geschwindigkeit runter geregelt haben und das ist quasi jetzt die geschwindigkeit die er jetzt gerade aktuell standard hat das könnte ja auch sein weiß man ja nicht so genau cleaning up at the same time we've made some general improvements to the hillbillies kit and smoothed out some of rough edges also ansonsten haben sie am kit vom hillbilly am base kit noch ein bisschen was verändert the base chainsaw sprint movement speed has been increased by 10% the base chainsaw sprint movement speed also standardmäßig ist das movement speed vom sprinten sogar 10% schneller hui 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 ok jetzt wäre aber wichtig zu wissen wie viel meter pro sekunde sind das denn das würde mich viel mehr interessieren das tut das würde mich wirklich viel mehr interessieren aber gut ok also die collision box ist verringert worden damit man auf maps mit komischen hindernissen besser manövrieren kann ok das klingt ok das weiß ich nicht was das heißt camera sensitivity is no longer incorrectly tied to the controller sensitivity da war wohl irgendwie so dass man die controller sensitivität an die sensitivität der kamera beim sägen gebunden hatte also da haben sie auch was gefixt oh das war nicht das was ich wollte entschuldigung da muss ich nochmal zurück so so genau ähm ja müssen wir gucken ich weiß es nicht müssten wir testen wie sich das anfühlt grüß dich Arzt wie geht's Bettbommel schön dich zu sehen stream schon vorbei genau so sieht das aus mein Urlaub war gut auf jeden Fall dankeschön ja also wir müssen mal gucken was dabei rumkommt ich denke mal hier kommt es wirklich darauf an wie sich es anfühlt außerdem haben sie noch einige Addons überarbeitet aber da sagen sie uns wieder nicht welche da müssen wir morgen dann auch nochmal in Ruhe durchgucken also das wird auf jeden Fall eine lange PTB da wird es viel zu lesen und viel zu gucken geben ja okay habt ihr da noch Fragen zu Billy mit Chainsaw ist 9,2 Meter pro Sekunde okay allerdings 10% on top das ist aktuell das heißt dafür müssten nochmal 10% on top kommen ja okay grüß dich Amdu wie ist der neue Patch von Patrick fabulös fabulös also das mit dem Hillbilly könnte theoretisch gut werden könnte mit Vorsicht ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen es klingt so jetzt erstmal ganz ganz gut es klingt ganz okay aber wie gesagt die Frage ist auch ob das so reinkommt das ist die Frage weil wenn das zu stark ist wie beim Trickster habt ihr gesehen denkt dran der Trickster ist auch genervt worden wo sie gesagt haben das ist zu stark der ist halt jetzt auch irgendwie immer noch scheiße das kann halt auch passieren vergesst das nicht will ich nur so sagen es ist nur eine PTB bedenkt das okay ich gehe jetzt erstmal zum nächsten Kapitel Hansi ich mache das hier auch für YouTube das wird eh ewig lang werden und dementsprechend wenn es dich interessiert was ich zu diesem ganzen anderen Getrödel sage was hier schon drin war dann guck dir das entweder im Watt an oder dann auf YouTube wenn ich das da hochgeladen habe ich möchte jetzt nicht wieder zurückspringen weil sonst springe ich nur hin und her und hin und her und hin und her dann kommt wieder noch jemand rein was hältst du davon und dann kann ich wieder zurückgehen und dann werde ich nicht fertig also ist nicht böse gemeint absolut nicht wir können auch morgen gerne nochmal drüber reden wenn die PTB da ist machen wir sowieso aber ich möchte jetzt einigermaßen zügig durchkommen ich bin sowieso schon eine Stunde am Brubbeln hier dementsprechend arbeite ich das lieber Stück für Stück von oben nach unten ab okay Aslan grüß dich wir gucken mal was passiert Dwight for President wir gucken mal jetzt bin ich gespannt was du beim nächsten Kapitel sagst wir gucken next update we have changes in store for a handful of the blights add-ons okay sie machen also nur die blight add-ons und sie machen nicht sie machen nicht die die Fähigkeit vom blight okay blighted red and blighted crow so these add-ons are fairly strong making it far more difficult to get out of the way for his rush in time these add-ons are fairly strong making it far more difficult to get out of his way out of the way of his rush in time we have reduced the speed bonus for these add-ons to two and three percent okay also die blighted crow und blighted red haben sie haben sie halbiert das eine gibt nur noch zwei und das andere nur noch drei Prozent muss man gucken ob die sich dann noch lohnen diese add-ons das muss man mal gucken lemon wolf grüß dich also ja keine ahnung schauen wir mal adrenaline weil habe ich also das ist schon ein harter nerf würde ich schon so sagen das ist schon ein harter nerf adrenaline das fand ich irgendwie immer merkwürdig wenn man das konnte war es wohl gut haben viele Leute gesagt aber ich habe da nie so das Gefühl für bekommen aber blight war auch nie mein lieblingskiller this add-on has a lot going on making it a jack of all trades to simply it and bring it closer in line with other options we are removing the following effects also die folgenden effekte von diesem add-on entfernen sie no longer decreases time to charge a rush token by one second no longer decreased time also das aufladen von rush token wird nicht mehr verringert um eine sekunde das nehmen sie weg und no longer increases rush speed by 10% und es gibt ja keine 10% mehr rush speed das nehmen sie weg the add-on now does the following these effects are unchanged also das das add-on macht folgendes es gibt jetzt zwei rush tokens increases maximum rush look angle by 20% also dieser rush look winkel also dass du eben dich drehen konntest um 20% ist immer noch da und decreases rush turn rate by 55% ja keine ahnung keine ahnung ich weiß nicht was ich da jetzt zu sagen soll ich habe dieses add-on wie gesagt nie viel gespielt es ist jetzt genervt worden ob die leute das dann immer noch spielen oder nicht ich weiß es nicht keine ahnung ich werde es immer noch nicht spielen aber wie gesagt mich juckt das auch nicht so dankeschön für die fünf bittis ist look angle nicht field of view decreases rush turn rate increases maximum rush look angle das ist eine gute frage ob das field of view ist schwer zu sagen vor allen dingen weil wenn es das nämlich ist dann wäre das auch wieder komisch weil sie ja das jetzt hier gerade überarbeitet haben da hätten sie dann das add-on ja eigentlich auch überarbeiten müssen oder ich glaube nicht dass das field of view ist aber ich weiß es nicht maybe vielleicht ich kann es dir nicht sagen also das klingt auch alles wieder so merkwürdig müsste man halt einfach mal spielen und gucken ich habe aber auch selten blights gesehen die dieses add-on gespielt haben bin ich ehrlich mit dir selten die meisten haben sowas wie die krähe und die ratte gespielt oder komban 33 3 haben viele gespielt oder das instatec add-on habe ich auch immer mal wieder gesehen oder den alchemist ring der wird ja auch geändert aber das adrenaline weil habe ich echt selten gesehen würde ich sagen look angle ist der winkel den man mit normalen kamera bewegen kann bewegen einsehen kann und hat nichts mit dem field of view zu tun siehst du genau ja richtig look angle ist der winkel den man mit normalem kamera bewegen einsehen kann du kannst dich einfach ein bisschen weiter drehen quasi in dem rush so müsste das gemeint sein aber da gab es ja auch diesen glitch glaube ich mit dem mit der hohen sensitivität dass man das dann auch noch mal abusen kann ich glaube das ist wie du dich drehen kannst ja 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 genau das meine ich nämlich auch so wie ossi und silas sagen ja 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 wie schnell man einfach sich drehen kann beziehungsweise wie weit ja deadly warrior grüß dich ja das hat mit field of view nichts zu tun es ist komisch beschrieben aber ja wie gesagt wir gucken mal ist auf jeden fall genervt worden und der nerf ist auch schon stark ist heute nicht montag schundag ich hatte urlaub und deswegen habe ich mir gedacht mache ich heute noch einen tag weil zwei tage wochenende was machen und dann wieder einen tag pause lohnt sich einfach nicht und wir haben ja diesen tollen dev block den gehe ich mal für euch durch habe ich mir gedacht so alchemist ring the one of you probably aren't surprised to see this on the list the one the one you probably aren't surprised to see on this list also okay da wundert man sich nicht dass das jetzt auf der liste ist genau restoring rush tokens on hit is incredibly powerful genau das hat man auch sehr oft gesehen du hast gerusht 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 und du hast gehittet dann hast du sofort deine stacks wieder voll so we have reworked this addon entirely also haben sie dieses addon komplett umarbeitet increases rush duration also du kriegst jetzt 20% dauer für einen rush für jeden rush den du mit dazu bekommst also werden deine rushes von rush zu rush länger würde ich sagen ist immer noch stark ist natürlich nicht mehr das was es mal vorher war aber hört sich so jetzt eigentlich nicht so bad an du kannst halt größere distanz damit überbrücken würde ich sagen ist immer noch stark mal gucken toxinobohne grüß dich welche überarbeitung findest du aktuell am krassesten hillbilly hätte ich nicht gedacht dass sie den so machen aber da müsste man mal gucken wie sehr sich spielt ja also im positiven sinne finde ich das schon am krassesten hätte ich nicht gedacht aber schauen wir mal check ich nicht naja du bekommst sagen wir mal weiß ich nicht du hast für den ersten rush 10 meter ja dann mit dem nächsten rush kriegst du 20% reichweite oben drauf das müssten dann 2 meter sein hab ich das richtig gedacht so dann hast du 12 meter und dann bekommst du wieder 20% für den nächsten rush oben drauf und wieder und wieder und wieder also ich denke mal vom vorhergehenden rush also bekommst du immer pro rush mehr reichweite so würde ich das sehen finde mehr distanz überbrücken besser als text zurückzubekommen das würde ich so nicht sagen das würde ich so nicht sagen überlege mcdog rushen 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 schlagen sofort die stacks wieder und sofort wieder in die chase rein ist 100 mal stärker safe gerade auf close quarter ist das wirklich stärker safe was wird bei hillbilly gemacht müsstest du in den what mal reingucken oder ins highlight ich wiederhole es jetzt nicht weil wenn ich damit jetzt anfange dann verfranz ich mich komplett wir sind jetzt beim wir sind jetzt beim bleibt und ich möchte das von oben nach unten durcharbeiten und wenn ich das mich jetzt nicht an dem plan halte dann fragt mich gleich wieder einer und wieder einer und wieder einer dann kann ich immer wieder von vorne anfangen dann werde ich nicht mehr fertig leider das ist dann doch übel cool oder nicht naja im vergleich zu dem was es vorher war ist dieses add-on safe schwächer würde ich schon so sagen ja also ja keine ahnung reducing the survivor's movement speed combat 33 reducing the survivor's movement speed acts very similar to increasing the blight's rush speed we have decided the best course of action is to give this add-on a new effect also compound 33 kriegt neun effect each consecutive rush is longer than 4 meters warte mal each consecutive rush which is longer than 4 meters increases your turn rate by 33% what the fuck also compound 33 komplett entkernt du kannst keine paletten mehr zerstören damit schneller und du kannst auch nicht die survivor umkreis von 16 metern verlangsamen für kurze Zeit sondern du bekommst für jeden rush der länger als 4 meter ist 33% return rate klingt auch ganz wild also was das geben soll junge junge das wird ja komplett wild der neue compound 33 hört sich lustig an kann man mit blight bald im kreis sich drehen ja ganz merkwürdig Earl Grey grüßt dich komplett sinnlos I don't know müsste man gucken im Endeffekt ist das doch quasi so wie hook tag nur als add-on fast würde ich schon sagen man muss gucken wie das mit dem anderen turn rate ganz genau und wie sich das wieder auf die tags auswirkt das darf man auch nicht vergessen weil das wird ja auch noch eine rolle spielen patrick hat sich wohl wieder ausgetubt und alles durcheinander geworfen also das was die hier schon wieder machen das klingt schon wieder komplett wild aber keiner braucht turn rate auf blight egal wenn du hacktags moonwalks und so und so spielst sag das mal nicht sag das mal nicht die leute werden wieder was neues rausfinden Earl Grey glaube mir du weißt nicht ganz genau wie sich das komplett auf seine fähigkeit auswirkt da wird wieder irgendjemand was finden ich garantiere es dir denke an meine worte es muss nicht so sein aber es kann so sein dass das wieder seine grundlegende fähigkeit komplett irgendwie beeinflusst und du dann wieder irgendwie einen neuen tag draus machen kannst wenn du die bugs abused brauchst du keine addons manchmal stacken aber auch bugs mit addons vergiss das nicht und manchmal lösen addons erst bugs aus das kann auch passieren weiß man nicht das ist schon wieder so komisch was die hier machen also ich könnte mir vorstellen dass da wirklich richtig wilde Sachen wieder dabei rauskommen gehe ich fest von aus hört auf meine worte denkt dran was ich euch sage das wird ganz wild werden ja iridescent blight tech this addon can also be extremely powerful in the right hands it also promotes an awkward gameplay of repetitively slamming into a wall to take advantage of this effect for the last rush ja ach sag doch sowas nicht das ist das addon wo man einfach seine rushes alle verbrezelt und dann den letzten rush macht man einen insta hit und jetzt sagen sie das es ermutigt komisches gameplay zu machen euer komplettes spiel ist komisches gameplay we have given this addon a brand new effect as well also haben sie dieses iridescent tech hier auch verändert also du machst jetzt im endeffekt nicht mehr den tag down damit ptb wird doch immer wild ja ptb auch aber auch wenn es dann live geht weil dann brauchst du erstmal ein bisschen um alles rauszufinden grüß dich yukai wie geht's dir schön dich zu sehen bleibt wird ja übel auseinandergenommen ja sie ändern auf jeden fall einige sehr starke addons das auf jeden fall ja ja das stimmt wir machen morgen ptb da kann man das morgen testen so enables rush to be performed without spending tokens enables rush to be performed without spending tokens was rush bonuses are kept after three consecutive rushes was enables rush to be performed without spending tokens verstehe ich nicht blight corruption goes on cooldown for 20 seconds after a successful lethal attack du kannst rushen selbst wenn du keine tokens mehr hast unbegrenzt rush bonuses are kept after three consecutive rushes verstehe ich nicht können sie eigentlich noch ihre eigene sprache sprechen bist du bist du auf es zu chainen unbegrenzt rushen bist du jemanden hittest das kann noch nie ernst gemeint sein das glaube ich jetzt nicht enables rush to be performed without spending tokens rush bonuses are kept after three consecutive rushes blight corruption goes ah bonuses meint man wenn man dann noch ein anderes addon mit dabei hat oder was kann das sein also war das nicht hier so dass man von rush zu rush immer drei prozent obendrauf bekommen hat dass man das dann cappt sowas du kannst so oft rushen wie du willst aber hast wenn du einen triffst 20 sekunden wo du nicht mal rushen kannst und die bonuses von irgendwelchen anderen addons sind auf drei rushes jaja ja das ist ja auch schon wieder irre das ist ja auch schon wieder komplett wahnsinn junge also theoretisch kannst du damit dann wenn du das hier nimmst und wenn du das hier nimmst ne warte mal doch oder ne das hier ne quatsch das hier oder increases rush duration ja obwohl nee das brauchst du ja gar nicht ne oder doch doch das brauchst du also wenn du das hier nimmst und wenn du das hier nimmst dann kannst du nur 60% consecutive rush duration kriegen naja gut ja ja genau 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 ich weiß nicht was ich davon halten soll bin ich ehrlich mit euch also klingt jetzt auch nicht schwach aber keine ahnung tja also ich denke die Leute werden sich an die neuen Addons gewöhnen da ist auch wieder kranker Scheiß mit dabei ich glaube das haben sie auch nicht komplett durchdacht das wird wild werden gerade das hier wird sehr wild werden glaube ich das glaube ich schon gucken wir mal also das hier klingt für mich nach Müll das Kompon 33 der Alchemist Ring klingt immer noch relativ stark Adrenaline Wild klingt uninteressant die kann man auch noch benutzen auch wenn die entkernt worden sind ja gut ja okay aber das ist ja denke ich mal uninteressant oder dass man dann erstmal M1 Killer ist denke ich mir ach ja wir gucken müssen wir uns ansehen DVD wird immer wild bleiben also ich denke mal hier werden einige wilde Sachen bei rumkommen ja gut Mace grüß dich schön dich zu sehen habt ihr da noch Fragen zu sonst würde ich sagen gehen wir zu den Perk Updates boah ey das ist wirklich der Wahnsinn dieser Vlog vor allem was die hier schon wieder alles machen so viel Junge so viel da geht auf jeden Fall was in die Buchse da kannst du von ausgehen ja ich denke mal schon MC Doktor werden sehr mimige Sachen bei rauskommen okay super grüß dich gehen wir zu den Perks Save the best for last this perk incredibly became stronger when the successful basic hit attack cooldown was reduced some time ago this perk indirectly became stronger Entschuldigung when the successful basic attack cooldown was reduced some time ago ach ja komm die haben indirekt an der erfolgreichen Attacke vom Killer den cooldown haben sie den verringert und dadurch ist dann auch save the best for last besser geworden aber jetzt übertreibt man nicht das Perk war definitiv nicht over the top es hatte und hat immer noch seine Nachteile du hast nicht wirklich jede Runde daraus ein Value ziehen können absolut nicht also das jetzt wieder als Argument zu bringen warum das genervt werden muss ist Bullshit ja gut ja gut komm einige Killer haben eben eine special attack und dann können sie damit eben den Nachteil umgehen dass sie keine Stacks verlieren ach komm das ist sowas wie Demogorgon oder so oder Oni mit der Fähigkeit ach komm ach komm ach komm jetzt übertreibt mal bitte nicht bleib mal hier auf dem Teppich Patrick to tone it down and make it more consistent across all killers we have made the following changes also um das ein bisschen runter zu regeln und um das für alle Killer irgendwie gleich gut zu machen haben sie folgendes geändert each token grants a stackable 4% decreased successful basic hit attack cooldown du kriegst nur noch 4% statt 5 und du verlierst 2 Tokens wenn du die Obsession verletzt egal wie ja das Perk ist Schrott kannst vergessen brauchst nicht mehr spielen schöne Grüße gehen raus an die Entwickler von BHWA ihr habt ein weiteres letztes einigermaßen gutes einigermaßen gutes Killerperk beerdigt tschüss brauchen wir nichts mehr zu sagen Müll Exorger danke für die 20 Monate neues Jahr neues Glück für DBD absolut das ist so wie mit einer toxischen Beziehung die man schon drölfmal gebrochen hat und wo man sagt ok komm wir versuchen es nochmal genau so ist das ja ein Witz dann nehmen alle for the people mit und die Obsession nutzt einfach for the people und nimmt dem Killer ständig stacks ja das macht auch keiner das macht auch keiner MCDoc das ist auch far from reality so passiert das nicht 8% bei max stacks 8% bei max stacks weniger also effektiv 6,5 capped im Verhältnis zum jetzigen ist Müll zumal du egal wie du die Obsession hittest stacks verlierst brauchst du nicht mehr spielen ja Schrott das ist jetzt schon nicht so gut das werde ich danach nicht mehr spielen save nicht na gut ok tschüss save the best for last war schön mit dir Grim Embrace Grim Embrace blocks generators for a substantial duration however however it only becomes once however it only activates once and requires the killer to hook every survivor once it can be a little inconsistent and hard to activate auf gut deutsch dieses Perk ist absoluter Scheiß im jetzigen Stand der Dinge du musst jeden Survivor einmal hooken was komplett nicht in deiner Kontrolle ist und dann aktiviert er sich nur einmal das spielt keiner weil das Müll ist mal sehen was er damit macht therefore we are adding a secondary effect on top of the existing effects ach so es kommt ein zweiter Effekt mit hinzu on top of die auf die ähm bestehenden Effekte the first time all survivors äh the first time each survivor is hooked also immer noch dieses komplett schwierige du musst jeden mindestens einmal hooken damit das überhaupt aktiviert wird all generators are blocked for 8 10 and 12 seconds once the killer moves at least 16 meters from the hook this will ensure the killer is always able to get some value out of their perk even if the last ähm elusive survivor manages to evade them and reward killers to switch targets nochmal the first time each survivor is hooked all generators are blocked once the killer moves at least 16 meters from the hook das ist doch jetzt nicht besser als vorher bei jedem fresh hook ach so each time ah ok hm ok bei jedem fresh hook ok ok dann hab ich das falsch verstanden ha i don't know für nurse vielleicht für nurse könnte das vielleicht Sinn ergeben aber du musst weg damit es aktiviert auf dem fresh hook wenn die rambo rettung machen negieren die dir das das ist das problem machen die rambo rettung negieren die dir das perk wenn die wissen dass du das hast und die wissen du willst weg gehen machen die rambo rettung bevor du weg bist ja und dann noch das was vorher war ja gut es könnte ganz nützlich werden wenn es auf indirektem regress ankommt das stimmt das ist blocken das ist in ordnung immerhin kein nerf ja gut aber die frage ist auf welchen killer setzt du das einen auf dem trapper oder sowas wird das nichts bringen das musst du auf einer nurse einsetzen da kannst du es spielen auf einer nurse kannst du es spielen oder bleibt ja mobile killer oder vielleicht hillbilly wenn man den jetzt wieder öfter spielt 4x12 sekunden die frage ist werden alle generatoren geblockt auch wenn jemand dran arbeitet oder wenn die dran arbeiten dann nicht das ist die frage so wie jetzt zum beispiel bei deadman switch das ist auch die frage weil es kann natürlich auch sein dass das nicht gemeint ist sondern dass wenn die dann weiter daran arbeiten dass dann nicht geblockt wird gibt es ein perk was dir den gen ja deadlock ne ja deadlock ja doch es könnte sein es könnte sein dass das damit auch gemeint ist aber es sind nur 12 sekunden ja auch von nurse eventuell ja doch könnte vielleicht funktionieren könnte funktionieren stand jetzt alle egal ob dran ne das steht da jetzt so nicht ne the first time each survivor is hooked all generators are blocked ja alle generatoren werden geblockt aber da steht jetzt nicht egal ob da einer dran arbeitet oder nicht also so spezifisch haben sie es nicht ausformuliert da bin ich immer ein bisschen vorsichtig aber ja wahrscheinlich wird das gemeint sein wahrscheinlich es steht jetzt hier nicht genau ausformuliert ja gut maybe diese 4 hooks bekommst du doch nicht in einem schnipser wenn die survivor gut sind und dann bekommst du deine 4 fresh hooks garantiert nicht naja du kriegst halt auch wenn dir einer entkommt trotzdem value aus dem perk raus das wollen sie machen also mit nurse auf einer kompakten map kann ich mir das schon durchaus vorstellen aber da wiederum ist die Frage ob du das brauchst auf einer nurse das ist die Frage grim embrace mit barbecue könnte gut harmonieren auf mobilen killern barbecue will ich mir aber nicht mitnehmen da gibt es bessere Sachen Schnurri könnte aber ganz ehrlich würde ich mir nicht mitnehmen ich denke mal tatsächlicherweise dass ich sogar nowhere to hide aus meinem bild rauswerfe wenn sie hier diesen anderen kappes reinmachen dass du die gens nur noch 8 mal regressen kannst da werde ich wahrscheinlich bei dem locker perk bleiben bei ultimate weapon tatsächlicherweise ultimate weapon und das kannst du gut benutzen ja das ergibt sich einfach aus dem laufenden spiel heraus irgendwann hast du sie eh einmal alle am haken gehabt würde ich sagen ja klingt wieder wie ein perk was auf den starken killern stark ist aber auf pick wurst die etc wird es dir wahrscheinlich nicht so viel bringen ja richtig genau wie immer halt genau ja ja auf starken killern kann das was bringen nurse blight maybe hillbilly maybe spirit aber der rest brauchst du es wieder nicht spielen ist so wie jetzt zum beispiel mit eruption ja ja gut okay gemischtes dingen würde ich sagen gemischt quick gambit machen wir das nächste this perk runs other survivors to repair speed boost when you are being chased nearby okay wir haben wieder das wieder ein gen gen gaso perk muss überarbeitet werden however its range is fairly low making it difficult to get close enough for other survivors to benefit from without also putting them in danger we have increased the range to 36 meters it was 24 we have reduced the repair speed we have reduced the repair speed bonus ja is also auch schon wieder kappes also du hast jetzt mehr reichweite wobei 36 meter auch nicht so toll sind wenn du jetzt das perk mit hast und du rennst mit dem killer in der nähe von dem gen rum dann werden die in der nähe 36 meter maximal arbeiten geboostet die arbeiten dann 5% schneller ich glaube nicht dass das viel mitgenommen wird tatsächlich da gibt es viel besseres das ist auch schon wieder kappes es ist irgendwie ein buff und nerf naja glaube ich nicht dass man das häufig sieht bin ich ehrlich ruin we toned this perk down in a previous update in retrospect since the perk could already be disabled by being cleansed we added activation condition the added activation condition did not feel necessary ach so ruin is no longer disabled once the survivor weil es killt or sacrificed schön also das nehmen sie jetzt dann doch mal raus weil sie gemerkt haben dass es kompletter schwachsinn ist das hätte man vorher sehen können also ruin bleibt jetzt dauerhaft an bis es einer glänzt ja ist jock ist dumm ja was bringt dir der perk wenn du survivor schneller was bringt dir der perk wenn die survivor schneller den gen fertig bekommen das ist ein survivor perk kein killer perk bleibt ein totem perk und es macht sehr wenig regression 100% doch nur noch oder die ganzen änderungen klingen nach verzweiflung ja ja das ist so man nimmt die scheiße aus dem klo und packt sie in der vase es ändert sich im endeffekt nix es ist so hin und her geschaufele 125 ja ist aber auch nicht viel es war mal 200 glaube ich waren sie mal 200% regression shadowborn with a new field of view slider being introduced shadowborn is now an obsolete and needs a new effect when blinded by any means gain 6 10% haste vielleicht shadowborn und lightborn gleichzeitig wenn die dich blenden kriegst du 10 10 sekunden 10% schneller laufen pointless Müll kannst vergessen du wirst meistens eh so an Paletten und sowas geblendet musst du eh erst mal wegtreten bevor das durch ist dann hast du eh wieder paar sekunden verloren ist Müll gibt es wieder bessere perks wird keiner spielen meme nevermind sind doch 100 habe ich doch recht gehabt man lässt die Katze ins Klo kacken und fischt das dann raus um es ins Katzen Klo zu schippen man kann 10% schneller in eine Wand laufen ja du musst es halt kombinieren mit dem ich kann nicht geblendet werden ja ja klar natürlich in der guten alten zeit wo es noch auf 200 war Silver Wolf selbst da war es schon Müll das ganz 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 alte Ruin das war einigermaßen okay und selbst das war nur ein Totem Perk eigentlich eigentlich war Ruin immer schon Müll immer schon früher hattest du die verfluchten skillchecks und musstest die großartigen treffen damit du dann durch die gens durchgekommen bist oder du musstest gen tappen ja the drug in me is you grüß dich doch kein life of pee heute doch 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 es gibt life of pee aber wir haben einen dev block gekriegt und den muss ich doch durchkneten sonst werde ich doch hunderttausend mal gefragt ob ich es schon gemacht habe du kennst das spektakel doch call of brine sind 125 prozent aber das war vorher auch mehr haben sie auch genervt ja gut also ich denke mal shadowborn ist auch schrott wird keiner mehr spielen hex totems sind rng und das hat mich zumindest schon immer genervt ja natürlich klar richtig die können ja auch direkt neben deinem totem spawn und die spots die kennt doch irgendwann auch jeder jeder kennt sie gerade so auf maps wie midwidge da hast du doch immer an denselben stellen die dinger stehen panax grüß dich hast du die patch notes schon durchgelesen monitor and abuse likewise the field of view altering effects of monitoring abuse are now unnecessary considering the added field of view slider monitoring abuse allows for some interesting niche playstyles as it is so we have simply removed the field of view adjustments rest is unchanged also monitor and abuse funktioniert genauso wie jetzt nur den field of view hast du nicht als okay kommen wir zu ormond gameplay update the newly renovated ormond resort is open for the season this update consists of layout changes to the front and back of the lodge also also werden layout veränderungen am vorne und hinter dem hinter der hütte gemacht as well as miscalaneous loop adjustments und die loops werden angepasst das kann ja nur in die wuchse gehen ja gut aber das ist halt rng da sind auch oft paletten viele dazwischen manchmal nicht manchmal schon obwohl ja doch da gibt es einmal diese lange bande mit diesem einen langen stein this can get in the way and make it difficult to reverse the map additionally there is no room at this point of the map for any windows or palettes ja das ist natürlich ganz schlimm dass an der stelle kein platz für windows und paletten ist essentially making it a big dead zone ja aber das weiß doch jeder da kann man dann noch einfach anders drum rum spielen das war nie ein problem nie weil da war auch meistens kein gen auf der Seite wo der gen war da waren dann auch paletten und so weiter und so fort ach ja okay hui 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 es gibt wieder mehr Fenster und mehr paletten das macht wieder mehr interessantes gameplay poggers das das klingt ja toll jess grüß dich schön nicht zu sehen layout veränderung sprich noch mehr paletten und noch mehr fenster jup ormond wird besser für survivor gemacht wichtig und richtig so ist das the back of the lodge meanwhile is comprised comprised of mostly picnic tables great for enjoying a meal in the freezing cold hui 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 witzig witzig but not very impactful when it comes to gameplay ja euer gameplay ist sowieso das beste pallet loops around these tables are fairly short making them incredibly unsafe ja aber gute leute können trotzdem viel da raus ziehen leute nullpen können da nichts machen aber gute leute trotzdem we have similarly adjusted this area to improve gameplay ach ja die paletten sicherer gemacht auf der seite ja schön noch mehr sichere paletten das sieht jetzt schon ganz toll aus wenn ich game game modifiers modifiers whilst these will not be able ok es geht irgendwie modifikatoren für dead by daylight geben lights out spielt man in den dunkeln oder wat junge 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 also das klingt auch wieder toll was das wieder werden kann poggys congratulations you've reached the end of this very long developer update ja das gibt uns auf jeden Fall sehr viel raum und möglichkeiten für viele bugs und glitches everything we have mentioned here will be available to test on the pdb starting tomorrow ja also wenn ihr gerne möchtet seid gerne mit dabei morgen 9. januar 9.30 et ist das european time i don't know ja also morgen wenn der stream startet wird das live sein und dann können wir das testen as always we'll take the time to read through your feedback and make further adjustments as needed before this update goes live on all platforms in the weeks following drei wochen dauert das normalerweise ja eastern time ah ok ja genau 15.30 kann gut sein ja ist für mich uninteressant weil ich starte um 21 Uhr dann ist das da bananas grüß dich ja gut dann würde ich sagen lade ich das ganze so auf youtube hoch haben wir ein highlight ich mache jetzt hier einen cut für youtube aber wir können auf twitch auf jeden fall nochmal kurz über alles reden wenn ihr möchtet das was ich jetzt dann danach noch sagen werde kommt nicht mehr auf youtube weil sonst wird das zu lang wir haben eh anderthalb anderthalb stunde eine stunde 40 minuten ja ok